Es ist nicht bloß das subkulturelle Kapital, dieses coole Wissen um eine Fußnote der Popgeschichte. Es ist vielmehr das nonchalante Talent aus der individuellen Erzählung von fünf in Deutschland gestrandeten GIs und ihrem kurzen Ausflug in das Hinterland der Hitparaden eine Parabel für die emanzipatorische Energie einer Epoche zu machen. So begründete die Jury des Grimmepreises ihre Entscheidung, den Dokumentarfilm Monks – The Transatlantic Feedback auszuzeichnen. Und dieser Film von Dietmar Post und Lucia Palacios sei, Zitat weiter, nicht weniger als eine tiefen, scharfe Ethnographie der 60er Jahre. Der Film über diese Band Monks – The Transatlantic Feedback von Dietmar Post und Lucia Palacios. Dieser Film wird heute mit dem Grimmepreis ausgezeichnet und Dietmar Post ist unser Gast. Herzlichen Glückwunsch. Danke für die Einladung. Sie haben fast zehn Jahre an Ihrem Projekt gearbeitet. Zehn Jahre Archäologie in der Pop, in der Subkulturgeschichte. Wie fing das an? Es fing ganz einfach an. Meine Frau und ich lebten Mitte der 90er Jahre für mehrere Jahre in New York. Und ich bin ein großer Musikfan und bin 1997 in meinen Lieblingsplattenladen in New York gestiefelt und sah plötzlich dieses einzige Album der Monks, Black Monk Time, als CD-Veröffentlichung. Und das war tatsächlich, das Album stammt von 1966, das allererste Mal, dass diese Platte in Amerika veröffentlicht wurde. Und die Platte wurde veröffentlicht von zwei wichtigen Leuten innerhalb der amerikanischen Musikszene, einmal Rick Rubin und Henry Rollins. Rick Rubin ist dafür verantwortlich, dass so Leute wie Metallica, auch Issy Deasy hat er produziert und in letzter Zeit eben Johnny Cash. Henry Rollins als Galleonsfigur der Punkbewegung, Sänger von Black Flag, natürlich auch eine wichtige Persönlichkeit. Und das hat mich sehr erstaunt, denn mir als Deutschen waren natürlich die Monks ein Begriff. Und man schob aber dann die Monks in so eine musikalische Ecke, man macht das gerne in Amerika, sofort eine Schublade finden. 60er Jahre Garagenrock. So, und da gingen bei mir alle Alarmglocken an, weil mir war die Band von Anfang der 80er Jahre bekannt, also im Punk, Postpunk Umfeld. Und da war das für mich eigentlich immer klar, das war eine Konzeptband, da gab es einen Kunstzusammenhang und der wurde hier völlig ausgespart. Also, da wir aber nun Dokumentarfilmer sind, haben wir uns dann aufgemacht und haben versucht, diese alten Herren, wir wussten dann ja schon, die sind mindestens jetzt so alt wie Mick Jagger und Konsorten, haben die dann ausfindig gemacht und haben sofort bei unseren ersten Besuchen festgestellt, dass da eine größere Geschichte hintersteckt. Die erste Begegnung stelle ich mir sehr eigenartig vor, wie war das? Die erste Begegnung war wundervoll, die erste Begegnung war bei Eddie Shaw, dem Bassisten der Monks, der 30 Jahre lang mit einer Deutschen verheiratet war, die haben drei Kinder, also eine tatsächlich transatlantische Beziehung, der hatte für uns Kohlrouladen zubereitet und entschuldigte sich dafür, dass er kein deutsches Bier auftreiben konnte, dass wir jetzt dieses doch schlechte amerikanische Bier trinken müssten. Da wusste man sofort, man wird miteinander klarkommen, diese Menschen haben Deutschland in guter Erinnerung behalten und ich meine, so sieht man es dann ja auch im Film. Man sieht eigentlich eher gutbürgerlich, also etwas gesetzte ältere Herren, die in die Kamera blinzeln und nun über dieses Abenteuer mit uns reden. Und diese Reibung, also dieses Avantgarde-Konzept, dieses Kunstkonzept und plötzlich sieht man aber einen 65-Jährigen, der vor seiner Bücherwand oder vor seiner Elvis-Figur... In einer sehr bürgerlichen, amerikanischen Vorstadt-Atmosphäre. Und das ist ja auch gar nichts Schlimmes, sondern so ist eben auch das Leben. Also wir Dokumentarfilmer stoßen ja immer auf solche Situationen. Für unseren Film war das ganz besonders wichtig, zu sehen, wie die eigentlich leben, was die jetzt so machen, um diesen großen Kontrast, den es zwischen ihrer Kunst und ihrem jetzigen Leben gibt, um das auch einfach aufzeigen zu können. Es war ja damals eine schon sehr unglaubliche Sache. Zwei Werbefachleute erfinden im Sinne der damaligen zeitgenössischen Kunst, etwa der Fluxusbewegung, eine Band, inszenieren sie als Konzepteereignis, eine Band, die besteht aus entlassenen GIs der amerikanischen Armee. Sie nennen sie Mönchs, Mönche geben ihnen ein ikonenartiges Outfit. Die Grimme-Jury schreibt auch in der Begründung für den Preis an sie, Zitat, eine tiefen, scharfe Ethnografie der 60er Jahre. Ethnografie heißt ja, wie ich es verstehe, dass man auf ein fremdes, seltsames Land blickt mit fremden, seltsamen Menschen. War das für Sie so, als Sie sich so auf diese Spurensuche der 60er begaben, dass Sie das Gefühl hatten, nochmal wieder eine Art Kontinent zu entdecken, den Sie zwar schon kannten, aber so noch nie gesehen hatten? Das war nicht ein Anliegen zu Beginn. Ich glaube, der Beruf des Dokumentarfilmers bringt das ein bisschen mit sich. Sich erst mal distanziert mit einem Thema auch auseinanderzusetzen. Ich glaube, man muss eine gewisse Naivität mitbringen, wenn man einen Film macht. Und eben Naivität im positiven Sinne, mit offenen Augen zuhören können. Und ich glaube, dann entsteht sowas automatisch, dass man so ein bisschen wie so ein Wissenschaftler, wie so ein Forscher an so ein Thema rangeht. Das war unser Anliegen. Und zum anderen meine Partnerin Lucia Palacios ist Spanierin und ist mit der deutschen Geschichte in den 60er Jahren gar nicht so vertraut gewesen. Das war ein sehr wichtiges Korrektiv für mich, weil ich natürlich viele dieser Dinge meinte zu kennen. Und Lucia und natürlich diese fünf amerikanischen Musiker und ehemaligen Soldaten haben uns die 60er Jahre neu sehen lassen. Sie haben sehr viel Material gefunden. Auf jeden Fall ist sehr viel Material im Film zu sehen. Noch die Texte der Monks werden bebildet. Also die Szenen in Vietnam zum Beispiel oder wenn von Atomic Bomb die Rede ist oder so. Das war von vornherein ästhetisches Konzept oder hat sich das einfach aus der Fülle des Materials heraus, das da war, zu ergeben? Also wir haben erst mal gesammelt, aber das war schon von Anfang an relativ klar, dass wir da ganz genau auch sein wollten. Denn wenn man Popmusik untersucht, und das war dann auch ein popmusikalischer Ansatz, und Popmusik kann man immer als Seismograph für gesellschaftliche Veränderungen ansehen. Heutzutage wird das viel zu selten gemacht, weil Popmusik ist ein schnelles Medium, ist viel schneller als Literatur, viel schneller als Theater, viel schneller als Film. Popmusik heißt, da setzt sich jemand hin und schreibt ein Lied, und dieses Lied kann heutzutage sowieso mit MP3 und Internet, aber auch in den 60er Jahren hatte man zwei Wochen später eine Single, die in der Jukebox sein konnte. Und diese Single konnte ja durchaus etwas sagen über den Zeitgeist, über das, was gerade los war. Und das war eben auch ein großes Anliegen der Monks. Und da muss man tatsächlich Monat für Monat gucken, was in den Jahren zwischen 1964 und 1967 passiert ist innerhalb der Popmusik. Und da sind Welten begonnen worden, Welten untergegangen. Da gab es Revolutionen innerhalb der Revolutionen. Es war eine ganz, ganz spannende Zeit. Vielleicht kann man sogar sagen, dass die Jahre 65 und 66 die spannendsten Popjahre überhaupt waren. Das hat es nie wieder gegeben. Wenn man auch guckt, wer da noch alles so war. Wer da noch alles war. Und ich meine, das Album ist 66 erschienen, und wenn man mal guckt, was 66 alles erschienen ist, ist es umwerfend. Und es ist, also die Platten kann man bis zum heutigen Tag fast alle immer noch hören. Also auch die Stones und auch die Beatles haben dort genau in diesen Jahren ihre besten Platten gemacht. Ganz ohne Zweifel. Und eben auch die Monks. Und dann, also die Musik auf 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 die